So, willkommen zurück. Wir gehen jetzt erstmal zu Katsutolo. Oh, shit. Geträumt. Ah, shit. Das gab gute Erfahrungspunkte. Oh, kacke. Oh, nein. Nein, schau mir den direkt auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Level 103. Nein, 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 nein. Das war's. Oh, shit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Level 104 Nice So Ich frage mich, ob der nochmal auftaucht Oder ob der jetzt für immer weg ist Aber da gute Erfahrungspunkte Ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht machen wir dann doch Ab der nächsten Folge neben Chris Wetter Und wir hatten jetzt hier noch die Höhlen Die ich mir angucken möchte Das Linkwurmnest Bis zum nächsten Mal Gut, stattdessen wir auch besiegt Das war's. Immer noch nicht Ende hier. Damit hab ich noch nicht gerechnet. So, damit ist die Kiste oben geöffnet. Na, ich will nicht beamen. Ich will ja den rückweg ein paar Erfahrungsbildchen entsammeln. Und das Ding. Extra Kohle. Oh, what? Höhle nicht beendet. Oh, wo könnt ihr denn jetzt hier was versteckt sehen? Oh, wo könnt ihr denn jetzt hier was versteckt? So, wieder an den Anfang, oder? Testen wir's einfach mal. Oder auch nicht. Okay. So, cool, haben wir das auch geschafft. Aber war hier unten, das Ding. Ach, das war das Teil. Okay. Wupp, wupp, wupp. Das hatten wir aber. Wir können ja in das Teil nochmal ringucken. Ups. Irgendwas muss ja hier noch fehlen, theoretisch. Ja, bald haben wir auch Level 5 erreicht. So, hier kommen wir ja direkt durch, ne? Hier krämpft auch nichts gegen uns. Aber kann natürlich sehen, dass es hier wieder so einen blöden, unsichtbaren Weg gibt. So, hier kommen wir ja direkt. Hmm. So, hier kommen wir ja direkt. So, hier kommen wir ja direkt. Ah, ha! So, hier kommen wir ja direkt. Ah, ha! So, hier kommen wir ja direkt. Hier sind dort noch schlafen alle. Okay. Jetzt bräuchten wir wieder so einen Sterni. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist denn das Pokémon? Oh, einfach mal. Oh! 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 ist ok 105 dann starten wir mal hier oben der verband ich habe gehofft das wäre so ein ding wieder wo viele erfahrungspunkte winken aber nein jetzt brauchen wir fast nicht mehr mit der quest anfangen gehen so eine kacke jetzt habe ich noch ein bisschen kohle ja 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 und dann wird es hier wieder zeit für ein volk grüßchen spitze danke mich bist du